4 Leu Ernsthaft direkt neben uns dann kann ich euch schon überfalls mir rausgehen das ist ein Überfall Hände hoch sofort die Hände hochnehmen aber ihr wollt mir eigentlich nur save und überfällt jetzt eigentlich sofort die Hände hoch Hände hoch würd ich sagen ne Kollege Hände hoch würd ich sagen Kollege ja du sollst die fucking Hände hoch nehmen mann hier ist doch gar keiner weiß ich noch nicht wo deine Karre ist vielleicht sieht das das Ding ja der Schrotthaufen ja das Problem hatte ich eben auch schon Losti du siehst doch scheiß aus du siehst scheiß aus du siehst scheiß aus nehm jetzt bitte sofort die Hände an den Kopf danke Schiff J ey seid ihr da Schiff J by the way wo ist eigentlich der zweite Typ hin Alter drück mal Schiff plus J wo ist dein Kollege hin da könntest du immer mit dir herkommen verteilt es mal ein bisschen Schneekegel nehmt sofort die Hände hoch und sagt dein Kollege er so rauskommt sonst wird das Feuer auf ihn öffnet wo ist der Typ ich weiß nicht wo er ist wie willst du das Feuer auf ihn öffnen wie kann man eigentlich ihm das scheiß Handy aus abnehmen ja wenn er Schiff J drückt ja und dann ich mach Halo Jump ne wie kann ich denn das Handy wegnehmen welche Taste das geht gar nicht wenn du den gefesselt hast ach gefesselt ach nur wenn er gefesselt ist nicht wenn er die Hände hochnimmt du musst halt einfach sagen da oh da hängt ja ein Funke dein Kollege soll hierher kommen oder da ist dein Handy oder so ich hab dein Handy gefunden oder so du hast ja gar kein Geld dabei dein Macher irgendwas Typ hin da der soll hier auch herkommen ja das steht da vorne habt ihr schon Geld weggenommen von dem oder hat er einfach keins Kollege komm mal mit ja her ja ne wo ist denn so zu sagen geh mal mit zu deinen Kollegen da rüber äh Schneekegel kannst du aufhören zu moven bleib mal stehen da kommt noch ein Auto ey stehen bleiben und die Hände hoch Malaka Hände hoch Kollege ich muss sagen du drehst ganz fix um und fährst weg das ist das beste für dich du musst doch erst noch wegschicken und deine scheiß Schleichwerke Malaka mach mal deine Hände hoch achso die sind schon oben oh leu das sah bei mir anders aus sorry ich bin blind ah hat kein Geld ja nice Kula mit Eis ey halt jetzt das Maul mit dem Auto was ist das eigentlich mit dem Auto mit dem anderen Auto habt ihr alles safe habt ihr alles safe ich kümmere mich ums Auto ja das ist relativ safe ja alles safe diese haben die Hände hoch und wir stehen dem Ding ey das Auto willst du nicht kümmern ja der André der da drüben grad Mensch Mensch die Auto ist ja richtig heile ja ich hab kein Wipacket mehr ja Kollegen ich hab leider kein Wipacket für euch sonst werde ich euch jetzt gehen lassen dazu habt ihr einfach schlichtweg Pech gehabt da habt ihr einfach schlichtweg Pech gehabt da habt ihr einfach schlichtweg Pech gehabt da habt ihr einfach schlichtweg Pech gehabt sonst dann wird in fünf Sekunden gefeiert die Kopf sind schon unterwegs weiß schon ne da können wir euch auf ich hab euch ab nein ne grüße nebenbei glaubt du auch ich hab der Name juckt uns doch nicht alter juckt doch nicht alter juckt doch nicht ob du unseren Namen hast also wenn ihr euch irgendwelche von euren Kollegen rausholen sollen dann müssen die uns persönlich Bescheid sagen ne das dürft ihr nicht so machen ne leider nicht sonst sind wir ganz fix beim Support joh 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 außerdem wir haben euch nix abgenommen wir haben euch nix getan wir halten euch bloß fest bis unser Kollege verkauft hat und dann könnt ihr machen was ihr wollt also ich weiß gar nicht was ihr jetzt hier suchen wollt aber wir machen ja gar kein Überfall wir halten nur Sicherheit für unseren Kollegen oh der ist ein guter Wecker ach der ist ein guter Wecker ich weiß keine Ahnung wo kann ich denn hinfahren ich fahre darf ich den Flughafen lass die halt die mal noch um hast du gerade geschossen? nein keiner hat geschossen von uns ja der kam gerade der Schuss durch ich bin tot ja Sniper ich wurde getötet er hätte dürfen die doch gar nicht schreib dir gleich mal an nice ALM Alter ich wurde auch alter erschossen lol warte von wem ich wurde von MEX lol MEX hat uns angegriffen ah hier der ist der ist hier in der Ruine nein das darfst aber die durften uns doch auf diese Weise gar nicht töten ja der ist ja der ist ja der ist ich bin tot das darfst